Unser vorheriges Beispiel hat immer nur mit dem letzten Commit funktioniert. Was ist jetzt aber, wenn ich zum Beispiel einen Schritt weiter durchspringen möchte? Und das können wir natürlich auch machen, indem wir jetzt hergehen. Funktioniert hier eigentlich Copy-Paste? Schauen wir mal, das funktioniert. Und zwar, wenn wir sagen, Git-Checkout und dann diese ID. Wie? Klicken wir da mal drauf. Das heißt, ich möchte mir jetzt den zweiten Commit herholen. Da kriegen wir jetzt mal eine ganze Latte an Nachricht. You are in the detached head. You can look around, make experimental changes and commit them. Und so weiter und so fort. If you want to create a new branch, müssen wir quasi einen neuen Zweig anlegen. Jetzt bin ich quasi in einem detached head. Ich bin irgendwo losgelöst von meinem Mainzweig. Der Mainzweig ist also schön chronologisch abgedacht nach der Reihe. Und jetzt bin ich irgendwo in einem nicht definierten Zustand. Das heißt, ich kann jetzt da mich einmal umschauen. Ich sehe, es ist auch keine Graphics-Punkt hat da. Das ist dann auch so im Ordner drinnen. Und kann mir jetzt da alles anschauen, was mir so Spaß macht. Könnte herum experimentieren. Und wie da steht, ich könnte jetzt diesen Teil in einen neuen Branch überführen, um da weiterzumachen zum Beispiel. Das hat immer dann den Hintergrund, dass ich vielleicht nur mal was nachschauen möchte, nur mal ausprobieren. Hat das da vielleicht funktioniert? Lade ich das noch einmal rauf? Und wenn ich da wirklich weiterentwickeln möchte, muss ich das in einen neuen Branch überführen. Und ein Branch ist ein weiterer Entwicklungszweig. Wir werden es dann in einem nächsten Beispiel uns genauer ansehen, was es mit Branches auf sich hat. Aber es steht dann eh da, wir müssen uns mit Git-Switch und dem Parameter C, einen Namen von einem Branch, dann diese Änderung überführen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier den kompletten Setup rauslösche und diese Änderung jetzt gerne gespeichert haben möchte, könnte ich jetzt Git-Switch-C, Just-Testing eingeben und hätte jetzt einen Branch, wir sehen, das steht jetzt hier, Just-Testing und mit Git-Log-One-Line sehen wir jetzt dann, dass ich jetzt hier drinnen den letzten Commit habe und jetzt auch in einem weiteren Entwicklungszweig bin, den ich jetzt hier Git-Add, Git-Comet, Debug, Git-Log-One-Line und wir sehen, dass ich jetzt hier drinnen meine Änderungen durchführen kann. Wie springe ich wieder retour? Mit Git-Switch-Main, also wir wechseln den Zweig wieder auf unseren Hauptzweig, es könnte natürlich auch sein, dass ihr den Master habt, wechsle ich zum Master und bin jetzt wieder ganz wie gewohnt in der Ansicht wieder vor und habe hier meine drei Commits da. Das ist das, was ich eben haben wollte. Jetzt schaue ich da gerade mal, ob ich da ein bisschen rauszoomen kann. Genau. Okay, nochmal zusammengefasst. Ich kann hergehen und kann mir einen Commit holen. Das mache ich mit Git-Checkout. Hol mir jetzt zum Beispiel den ersten Commit einmal her. Da ist jetzt nicht mehr viel da, wie ihr seht. Und wir sind jetzt wieder in diesem Detached-Mode, damit wir einfach einmal herumtesten können. Wollen wir da Änderungen gleich speichern, müssen wir das zuerst einmal zum Beispiel in einen neuen Branch überführen und könnten das dann wieder zum Beispiel rückmergen, dass wir unsere Hauptentwicklungslinie eben immer schon in Ruhe lassen und zum Testen einen parallelen Zweig uns hier anschauen. Wir wechseln wieder retour in den Zweig Main. Und vielleicht ist euch schon einmal untergekommen, auch bei anderen Tutorials, dass man zum Wechseln der Branches auch Checkout verwenden kann. Das hat einen gewissen historischen Hintergrund, dass Git-Checkout früher für mehrere Dinge auch benutzt worden sind. Damit man das aber nicht verwechselt, gibt es seit ein paar Versionen jetzt eben die Idee, dass wir Git-Switch verwenden für die Verwaltung der Branches und zum Hin- und Herspringen davon, löschen, anlegen etc. Und wenn wir in der Historie zurückspringen wollen, dann eben Checkout verwenden. Deshalb würde ich auch vorschlagen, wir bleiben beim Wechseln auf den Switch. Und wenn wir in der Historie hin- und herspringen wollen, dann wählen wir Git-Checkout. Das war jetzt ein aktueller Ausschnitt aus einem meiner Online-Kurse. Und wenn dich dazu mehr interessiert, unbedingt die Videobeschreibung checken einen Link zum Kurs, aber eben auch einen Link zu meiner internen Seite, wo ich am Ende des Monats immer spezielle Angebote für die Kurse veröffentliche.